Radio B2 Deutschlands Schlageradio Hier ist Radio B2, die Sendung Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass mein Gast heute da ist. Ariel Rippegarter, so sage ich jetzt ganz genau, als wir uns kennenlernten, warst du noch der Marco. Damals, und ich sage das jetzt mal ein bisschen ketzerisch, habe ich dich kennengelernt als Model auf der Bühne. Du fielst unheimlich auf und ich dachte, was für eine nette kleine Tunte. Aber ich spürte, das stimmt so gar nicht. Das stimmt auch so nicht. Das war ein Schutzschild, ne? Ja, also erstmal danke für die nette Begrüßung. Das stimmt. Also ich muss sagen, ich war ja immer sehr laut, sehr extrovertiert. Und diese Art hat aber eigentlich mein Innerliches wirklich unterdrückt. Damals war das wirklich authentisch. Und es war für meinen Beruf, den ich ausgeübt habe, sehr gut. Weil ich habe viel in der Öffentlichkeit gearbeitet, ich habe auch mal hinter der Bühne gearbeitet. Aber es hat mir immer gut getan, in dem, dass ich immer aufgefallen bin und dadurch auch Aufträge bekommen habe. Aber ja, man wird ja irgendwann ein bisschen älter. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und dann versucht man so seine Mitte zu finden und dann, wenn es so ganz leise wird, mal abseits der Bühne eigentlich, dann merkt man doch, wer man eigentlich ist. Und dann ist es so ein bisschen ausgebrochen wie so ein Vulkanausbruch. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben für die Zuschauer. Das kann man sich einfach nicht mehr halten. Genau. Dieses Outing aber, zum Beispiel das Outing der Homosexualität, das hast du ja sehr viel früher schon gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon zu Schulzeiten bei dir so war, dass du in der Klasse unheimlich polarisiert hast. Ja, das stimmt. Also ich war schon immer ein Mensch, der sehr polarisiert hat. Das hat schon immer zu meinem Leben gehört. Ich fand das auch immer ganz gut, weil ich nie dieses Zwischending hatte, wo man sagt, der eine mag mich und der andere mag mich nicht. Aber du hast im Endeffekt fünf falsche Freunde. Also ich wusste immer, der mag mich, der findet mich eben scheiße. Und ich glaube, ohne diese Aufmerksamkeit, wenn du die vom Kindesalter hast, also ich hatte das schon, glaube ich, im Kindergarten, hätte ich auch gar nicht leben können. Da bin ich also so, ja, reingeboren worden eigentlich. Darf ich mal zwischenfragen? Hast du damals schon gemerkt, in diesem Alter schon gemerkt, dass mit dir irgendwas anders ist, als mit den anderen Kindern? Hast du damals, wenn ich das jetzt, wenn du so zurückschaust, könnte es sein, dass du damals schon im Unterbewusstsein gespürt hast, eigentlich bin ich ein Mädchen? Ich muss sagen, viele Transgender haben es ja schon sehr früh gemerkt, also im Kindesalter. Also wenn man sich auch Dokus anschaut oder ein bisschen nachfurcht. Das war bei mir tatsächlich nicht der Fall, weil für mich gab es kein Schubladendenken. Ich bin trotzdem geschminkt rumgelaufen in der Schule, ich habe weibliche Sachen getragen. Deswegen hatte ich auch so viel Gegenwind und deswegen habe ich mich so wohl gefühlt, wie ich war. Und dann kam aber der Punkt vor, sagen wir jetzt so einem guten Jahr, wo das so langsam anfing, mir nicht mehr zu reichen. Das heißt, du wolltest jetzt auch den letzten Schritt, du willst ja jetzt auch den letzten Schritt gehen. Genau, also ich war in Frauengruppen unterwegs und habe mich einfach dazugehörig gefühlt und war zum Beispiel ganz traurig, dass ich keine Kleider tragen konnte. Oder ich hätte es vielleicht gekonnt, aber ich wollte eben mehr. Ich wollte nicht nur ein verkleideter Mann sein, ich wollte eben eine Frau sein. Und da hat es dann so angefangen, ich war damals in einer Beziehung, dann ist das natürlich auch immer noch ein anderer Schritt, weil mein Partner war auf einen schwulen Mann eingestellt und nicht auf eine transsexuelle Frau. Ja, und das fiel ihm schwer natürlich damit umzugehen. Das fiel ihm super schwer, im Endeffekt ist es jetzt auch auseinandergegangen. Ich meine, wir hatten viele Probleme, aber das belastet natürlich eine Beziehung auch umso mehr noch. Ja, und das sind natürlich alles so Sachen, wie reagieren die Eltern, wie reagiert der Partner, man sagt es nicht sofort. Also ich muss noch mal sagen, das schwulen Outing, sagen wir, also dass ich homosexuell bin, war viel einfacher als jetzt mein Transgender Outing. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Gibt es Parallelen zu Daniel Kübelböck, war ja in aller Munde, im Moment wieder in der Presse, weil der Vater will ihn für tot erklären lassen, aber da sehe ich so viele Ähnlichkeiten. Ja, ich muss sagen, Daniel Kübelböck war auch früher mein Idol, in dem Sinne, weil das war der erste Paradiesvogel und ich war ja auch bei DSDS, genau wie er, also ich bin so ein bisschen auch den Weg gegangen von ihm. Und ich finde es erschreckend wirklich eigentlich, dass es jetzt so in dieselbe Richtung dann auch vor seinem Tod ging, Tod kann man ja jetzt mittlerweile sagen, und dass er wirklich dann die Rolle der Frau auch eingenommen hat, weil ich war früher als männlicher Part genau wie Daniel Kübelböck eigentlich, also von der Erscheinung her, okay, ich sah ein bisschen anders aus, aber ich war auch eben so, ja, so ein Energiebündel und so ein Lebenskünstler. Genau. Und bin dann auch Rüger geworden, genau wie er und ja, jetzt eben zur Frau. Ja, das ist ja ein Weg, den du jetzt gehst, den du alleine gehst. Du hast gesagt, Partnerschaft ist kaputt gegangen, was dich, glaube ich, sehr runtergerissen hat, auch sehr wehgetan hat. Aber es ist ja nicht nur ein Weg, es ist ja auch ein Kampf. Hast du einen Freundeskreis? Also wenn ich, ich habe mir deine Seite angeschaut bei YouTube und alle, die drunter schreiben, das sind alles Mädchen, die sagen toll, sei mutig, sei stark, sei tapfer. Also das Lustige ist, ich hatte in meinem Leben, glaube ich, noch nie sowas wie so einen besten Freund und nicht mal als schwuler Mann. Also ich habe mich mit schwulen Männern nie so verstanden. Ich war immer nur in Frauengruppen. Ich bin natürlich auch zum größten Teil bei meiner Mutter und bei meiner Oma aufgewachsen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Kindheit zu tun. Deswegen fühle ich mich schon immer mehr wohl bei Frauen. Und das Lustige ist, dass ich wirklich auch immer mehr Frauen in mein Leben gezogen habe oder auch eben jetzt Fans auf Facebook oder in YouTube sind meistens wirklich Frauen, ja. Und zu deiner Frage, ein Freundeskreis ist wirklich, ja, auch mehr mit Frauen. Und das ist zwar wie durch so ein Sieb gegangen, aber ja, da sind schon, sage ich mal, eine Handvoll, die wirklich gute Freundinnen sind und die auch meinen Weg mit mir gehen. Mhm. Kennengelernt habe ich dich, glaube ich, das allererste Mal gesehen. Da warst du mit Anne-Marie Eiffelt, unserer Kollegin, unterwegs, hast dir auch viel geholfen. Das ist sozusagen, da hast du ja schon das ausleben wollen. Also du hast sie in die schönen Kleider gesteckt, die du eigentlich am liebsten gerne selber angezogen hättest. Ja, hast du gut gesagt. Ja. Wie ist das mit der Familie bei dir? Du hast, ich glaube, in deinem Film sagst du es, du musstest erst mal Ordnung in der Familie schaffen. Die sollten es also nicht irgendwo aus der Presse oder aus dem Netz erfahren, sondern du wolltest es ihnen sagen. Ja, weil ich finde, das ist natürlich eine Respektsache. Eine Familie hat einen großgezogen, die haben mir Werte mitgegeben, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, die haben mich auch gut hinbekommen. Mhm. Oder bei Instagram oder in einem YouTube-Video oder in einem Zeitungsartikel oder wie jetzt hier im Radio. Das hat natürlich nicht viel mit Respekt zu tun. Also erstmal sagt man es ja wirklich seiner Familie, festigt sich selber so ein bisschen, damit man auch nicht selber vom Stuhl fällt. Weil man braucht immer einen Hintergrund oder auch einen Background, der dich irgendwo hält, weil die äußerlichen Einflüsse sind ja nicht einfach, weil in Deutschland oder auch, ich glaube, auf der ganzen Welt müssen wir alle noch ein bisschen an Toleranz und Liebe arbeiten. Ja. Wie leicht oder wie schwer ist das? Im Moment sind ja, jetzt gab es ja diese Diskussion durch diesen Karnevalsgag der CDU-Chefin mit der dritten Toilette, haben sich viele aufgeregt. Alle sagen, naja, das ist doch ganz normal, es gibt jetzt Transgender-Toiletten. Andere verstehen gar nicht, warum eigentlich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch schwer ist für Menschen zu verstehen. Was sagst du dazu? A, wenn du so eine Gags hörst und B, wenn man da eben diesen Nachholebedarf hat. Naja, also politisch, wenn man in einer politischen Position ist, sollte man generell immer für Gleichberechtigung sein und erstmal sehr, sehr tolerant sein. Und da ist halt auch so ein Gag, auch wenn es lustig gemeint war, finde ich, fehl am Platz. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Da gibt es natürlich auch viele Meinungen drüber. War es so eine Toilette? Also da ist ganz lustig, ich hatte gestern einen sehr depressiven Tag, weil ich hatte eine Nasenoperation zur Verschönerung, dass es noch ein bisschen weiblicher wird und konnte jetzt sechs Wochen nicht zum Sport gehen. In den sechs Wochen bin ich wirklich nochmal ein ganzes Stück weiblicher geworden. Das heißt, ich habe so ein bisschen Brustansatz bekommen durch die Hormone. Ich habe Fingernägel, ich habe lange Wimpern, die auch feste sind und man nicht einfach so abmachen kann. Und vorher, also vor dieser Operation, habe ich mir dann eben Käppi angezogen und war immer in der Männerumkleide noch, weil ich das ja auch noch nicht öffentlich irgendwo gepostet hatte oder überhaupt geoutet hatte, außer in meinem engsten Kreis. Und dann ist mir so, wollte ich gestern zum Sport gehen und habe mir so gesagt, ja gut, aber da ist ja eben noch was und ich habe mich weder in die Männerumkleide getraut, noch in die Frauenumkleide. Und deswegen bin ich gestern zu Hause geblieben und nicht zum Sport gegangen. Deswegen finde ich so eine Sache eigentlich wie eine dritte Umkleidekabine oder ein drittes Geschlecht. Das gibt vielen Leuten, glaube ich, ganz viel. Also hätte ich das jetzt in meinem Sportstudio, hätte ich es machen können. Und jetzt ist es so eine Überwindung. Ich weiß, entweder muss ich mich vorher schminken, dass ich sehr weiblich noch aussehe, weil es ist nun mal noch nicht alles weiblich an mir. Oder ich ziehe mir eine Käppi an und versuche irgendwie meine Nägel zu verstecken, weil man doch Angst hat, noch nicht mal vor dem Spruch, aber auch vor den Blicken. Weil Blicke können manchmal auch sehr wehtun. Ja, kann ich verstehen. Okay, das habe ich jetzt wirklich verstanden. Okay, jetzt geht es für dich, du sagst, du bist bei der Hormontherapie, du bist im Moment dabei. Das ist ja auch nicht so, dass man einfach sich eine bunte Pille reinschmeißt und sagt, es wird schon alles schön sein und irgendwann habe ich Brüste. Sondern es ist ja auch tatsächlich mit körperlichen Schmerzen verbunden. Ja, und auch seelischen, also körperlich und selig. Aber ich glaube, die seelischen Schmerzen sind noch schlimmer als die körperlichen, weil die körperlichen äußern sich so, zum Beispiel meine Brüste wachsen jetzt durch die Hormontherapie. Das tut unheimlich weh, also mir darf bloß keiner irgendwo rankommen da. Dann schreie ich ganz laut auf. Aber die seelischen Sachen sind, also das ist ein bisschen ambivalent, weil diese Hormone bringen mich in meine Mitte, aber die Nebenwirkungen bringen mich wieder aus meiner Mitte raus. Das heißt, ich habe depressive Tage, wo ich wirklich nur rumliegen kann. Ich habe mich schon vorher von meinem Körper geekelt, weil ich nun mal im falschen Körper stecke, aber durch die Hormone wird man innerlich ja auch weiblicher und deswegen kommt dieses Ekelgefühl öfter raus. Und das sind Sachen, die natürlich im Alltag schon belasten können und vor allen Dingen auch einen normalen Alltag schwieriger machen können. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist für dich das erst wirklich abgeschlossen, wenn der Penis weg ist? Ja, also wenn man so sagt, also es gibt ja auch viele, ich habe auch eine Freundin, die hat dasselbe durch. Die fühlt sich mit Penis und Brüsten sehr wohl. Für mich kommt es nicht in Frage. Also ich möchte schon den ganzen Schritt gehen. Ja, doch. Okay, das ist natürlich wirklich ein harter Weg. Wie ist das, bist du in der Kirche? Also ich bin drin, ich möchte einfach gerne auftreten, weil ich die Kirchensteuer jetzt auch nicht mehr zahlen will, weil ich ja keinen Bezug dazu habe. Ich zahle irgendwo hin, wo ich nicht wirklich... Ich komme einfach nur darauf, weil ich mal einen Artikel sehr interessant gelesen habe über eine Pastorin, die früher auch ein Mann war. Also die evangelische Kirche akzeptiert das auch. Ja, aber ich bin generell spirituell gepostet, also ich glaube eher ans Universum und an den Buddhismus. Ich habe dazu keine Meinung, also ich akzeptiere jeden Glauben und ich finde alles, was Menschen irgendwie hilft und Glauben gibt, ist gut. Egal in welche Richtung es ist, deswegen würde ich nie irgendwas verurteilen. Und finde das natürlich gut, wenn die evangelische Kirche da so tolerant geworden ist, weil ich glaube in der katholischen Kirche sieht das doch ein bisschen anders aus. Okay, das stimmt wohl. Wenn ich Fragen stelle, die dir nicht passen, ist das okay? Ja, ich habe einen großen Mund, ich kann mich wehren. Was mich interessiert ist, wenn du jetzt alles abgeschlossen hast oder auch jetzt schon auf dem Wege, du suchst ja auch einen Partner, natürlich braucht man jemanden, wo man auch mal heulen kann, gerade wenn du von depressiven Phasen sprichst, kann ich mir vorstellen, dass das ja nicht selten ist. Du suchst einen Partner, du suchst einen Mann. Ja, ich suche einen Mann. Obwohl du eigentlich das Weibliche ja so anbetest. Also du bist ja auch ein Riesenfan zum Beispiel von Michelle, ich weiß, ihr kennt euch. Ja, durch Dreharbeiten. Genau, das ist für dich ja auch eigentlich das Anbetenswürdige. Ja, weil ich ja vom Aussehen Frauen einfach total vergötter. Ja, aber sexuell zieht mich eben doch ein Mann an und ich kann mir auch nur ein Leben mit einem Mann an der Seite vorstellen. Was natürlich in meiner Situation nicht einfach ist und ich glaube, das wird jetzt auch die nächsten Jahre oder bis ich das selber alles, das hört sich böse an, auf die Reihe bekommen habe, weil auf die Reihe bekommen ist vielleicht so ein falsches Wort oder meinen Weg gegangen bin, meine Reise beendet habe. Ja, das ist ein schönes Bild. Weil ich glaube, er lernt mich, ein Partner würde mich jetzt als Mittelding kennenlernen und dann auf einmal hätte er eine richtige Frau. Das ist natürlich auch in vielen Beziehungen nicht einfach. Und ich glaube nicht, dass, ich glaube an die Toleranz und ich hoffe natürlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin auch Realist, dass das passiert. Okay, also wir drücken dir trotzdem die Daumen. Danke. Dann vielleicht, wenn die Reise zu Ende ist, das wird kein leichter Weg für dich, das ist dir klar. Wie geht es beruflich bei dir weiter? Was wirst du machen? Du bist ja jetzt, du bist in den Medien da, du hast einen eigenen Blog, den du betreibst, dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja früher viele Trash-Formate gemacht, das kann man so deutlich sagen. Trash-Traction warst du dabei. Und Frauentausch und DSDS. Es waren schöne Zeiten, auf jeden Fall. Ich bereue nichts in meinem Leben, weil ich glaube, alles soll so kommen, wie es kommt. Und das hat richtig, das hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich jetzt einfach bin. Ja. Aber ich möchte jetzt Sachen machen, die mit meinem Herzen übereinstimmen. Das heißt, ich werde nicht sagen, ich mache nie wieder eine TV-Produktion, das kann schon passieren, wenn die Anfrage stimmt. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf meinen YouTube-Kanal, wo ich wirklich über meine Transformation rede. gebe tolle Interviews, wie mit dir heute und kläre die Leute so ein bisschen auf und nehme sie einfach mit auf meine Reise, weil das mich natürlich auch befreit. Und das zeigt mir irgendwie auch, ich bin nicht alleine, weil ich bin gerade, so ist die Realität, doch oft alleine. Und das ist für mich auch wie so eine kleine Therapie, kann man sagen. Du bist ja alles andere als eine sogenannte Drag-Queen, also das ist was ganz, ganz anderes, kann man gar nicht vergleichen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel hierher kommst, vielleicht öffentliche Verkehrsmittel nutzt, dass du spürst, dass die Leute sich hinter dir umdrehen, gucken, sagen, war das jetzt ein Mann, war das jetzt eine Frau? Ja, also ich glaube, viele Leute gucken nur oberflächlich, denen fällt es nicht auf. Man muss da schon ein bisschen genauer hingucken, ich habe ja auch eine Jacke an und man sieht jetzt nicht, wie viel Brust ich habe oder was in der Hose ist. Ich muss sagen, mir fällt es jetzt nicht ganz so schwer, weil ich schon immer, wie gesagt, polarisiert habe, wie in meiner Kindheit und mich haben die Leute immer angeguckt. Oder auch, wenn jetzt irgendwas ganz frisch raus war, irgendeine TV-Sendung und man mit der U-Bahn fährt, weil ich habe immer noch keinen Führerschein, dann ist das natürlich so, dass die Leute gucken und das gehört zu meinem Leben schon immer dazu, deswegen ist es jetzt keine neue Herausforderung für mich. Aber man ist doch manchmal unsicher in manchen Situationen, das kann ich natürlich nicht abstreiten. Ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Dass dein Weg erfolgreich zu Ende geht, dass du dein Leben zu zweit, so wie es normal ist, wenn ich das so sagen darf, beenden wirst mit einem Partner, der auch deine Vergangenheit kennt, dich als neue Frau so nimmt, wie du dann bist und dass du ein glückliches Leben führst. Vielen Dank. Von Herzen. Deutschlands Schlagerradio